Willkommen bei PokeVestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon-Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und in diesem Video schauen wir uns ein sehr stark unterbewertetes Display an, wie ihr es ja schon im Titel auch lesen konntet. Und zwar handelt es sich um Remix Bout aus der Sonne- und Mond-Ära. Dieses Display ist jetzt mittlerweile schon fast, ja, bald fünf Jahre alt. Allzu lange dauert es nicht mehr. Hat auf jeden Fall gute viereinhalb Jahre schon auf dem Buckel. Und wie gesagt, ist ein japanisches Display. Ihr habt bereits in der Vergangenheit mir immer wieder Feedback dargelassen, gesagt, hey, ja, wir haben Bock auf japanischen Content. Dementsprechend gebe ich euch das, wonach ihr verlangt. Und mich würde es auch bei diesem Video wieder sehr, sehr doll freuen, wenn ihr daran denkt, einen Like da zu lassen, wenn euch das Ganze gefällt, ihr Bock auf diesen japanischen Content habt und auch gerne einen Kommentar. Könnt ihr vielleicht mal einfach auch reinschreiben, ob ihr mit Remix Bout schon etwas anfangen konntet, so oder ob das für euch komplettes Neuland ist oder war. Und das würde mich auf jeden Fall schon mal eingangs sehr, sehr interessieren. Und ganz, ganz wichtig, das hier ist nur meine eigene Meinung, welche ich jetzt hier in diesem Video erläutere. Bitte macht eure eigene Meinung, bevor ihr einen Kauf abschließt. Gut, dann und jetzt die letzte Sache, bleibt bis zum Ende dran, denn gerade bei diesem Video wird es sich auszahlen. Das kann ich euch versprechen. Wir starten rein, Remix Bout, was ist das? Ja, das ist ein Display aus der Sonne- und Mond-Ära, welches in Japan erschienen ist. Und es bildet zusammen mit Dreamleague, welches ihr mittlerweile ja hoffentlich auch kennt, eines meiner absoluten Favorite-Displays of all time. Es bildet Welten im Wandel bzw. Cosmic Eclipse ab, eines der stärksten Sets der Sonne- und Mond-Ära für mich persönlich. Könnt ihr auch da mal reinschreiben, wie ihr das seht. Cosmic Eclipse, wenn man das auf Englisch beispielsweise kaufen wollen würde, da zahlt man mittlerweile auf Card Market schon 825 Euro. Aus Deutschland in Deutsch 560. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Bei Remix Bout, wenn wir uns da mal ganz kurz den Display-Preis schon mal eingangs angucken, sind wir bei 215 Euro aus dem europäischen Ausland und bei 225 Euro auf Card Market, wenn man aus Deutschland bestellen möchte. Wir haben verfügbare Artikel von 47, was verhältnismäßig mit neueren Displays extrem wenig ist. Das erinnert mich stark an Dreamleague von der Verfügbarkeit, was ja auch ganz logisch ist, wenn man sich mal das Erscheinungsdatum anguckt. Okay, das haben wir uns jetzt angeschaut. Wieso finde ich dieses Display denn jetzt gerade so extrem spannend? Das hat mehrere Gründe. Der allergrößte ist der Preis, da werde ich gleich drauf eingehen, aber auch das Gesamtpaket, das einfach dieses Display mit sich bringt. Wir haben ein extrem gelungenes Artwork. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, gerade für Leute, die sich einfach Displays holen, einfach weil sie optisch was hermachen und sich das schön in die Vitrine stellen können. Und das bietet Remix Bout wie kein zweites Display aus der Sonne- und Mond-Ära, wie ich finde. Ja, mit extrem beliebten Pokémon, die man da drauf hat. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht außen vor lassen sollte. Und dann natürlich die Einzelkarten. Hier haben wir die beliebten Tag-Team-Karten aus der Sonne- und Mond-Ära, die diese Ära auf jeden Fall geprägt haben. Und wir haben Karten, die auf jeden Fall auch Value in dieses Display in der Breite mit einbringen können und das auch tun. Extrem viele mit Venusaur, Blastoise und auch Charizard mit dabei. Ja, wir haben auch ein paar Waifu-Karten, wenn man das so sehen möchte, mit der Roller-Skaterin, die dabei ist. Mittlerweile nicht mehr allzu viel Wert. Der Waifu-Hype ist ja abgeflacht. Aber für die Zukunft eine Potentialkarte, wie ich finde. Und die Tag-Team-Karten können auch meiner Meinung nach auf jeden Fall weiter mit der Beliebtheit hochfahren. Gerade in der Zukunft, wenn sie nicht mehr so stark verfügbar sind. Ja, Verfügbarkeit ist für mich da auch auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor. Gerade wenn es um die Wertentwicklung in der Zukunft für dieses Display geht. Und ja, wenn wir uns mal kurz die Kartenwerte hier angucken von den ersten vier Karten, die wir hier gelistet haben in der ersten Reihe, dann sehen wir, dass diese Karte mit Charizard und Bryxen als GX-Karte für, ja, 100, ja, ne, 120 Euro geht, würde ich mal sagen. Hier haben wir eine für 100 aus dem europäischen Ausland. Da muss man natürlich immer gucken, das sind immer nur die angebotenen Artikel auf eBay Last Hauls. Kann man auch nochmal gucken, für wie viel sie tatsächlich verkauft wurden. Hier in diesem Graphen sieht man ja auch immer nur den durchschnittlichen Verkaufspreis. Aber so als Indikator kann man sich hier ansehen, dass diese Karte auch schon für deutlich mehr wahrscheinlich verkauft wurde. Gerade als der JP-Hype, ja, seinen Peak hatte. Ja, dann ging es stark nach unten. Jetzt hat sich das einigermaßen gefangen. Schauen wir mal hier, die weitere, nächste Karte als Rainbow haben wir hier, Blastoise und Pip-Plup, ja, über 30 Euro zahlt man hier auf jeden Fall auch. Dann hier nochmal eine, hier zahlt man mehr, 90 Euro, das ist schon sehr, sehr stark. Hier die nächste Rainbow-Karte für 45 Euro, beziehungsweise 40 Euro Good Condition. Genau, und hier nochmal die allererste. So, und für mich passt das vom Gesamtpaket definitiv, was die Einzelkarten anbelangt. Wir haben hier einen guten Value drin. Ja, wenn man das mit anderen Displays, die auch schon sehr, sehr teuer geworden sind, vergleicht aus älteren Generationen, dann hat man hier doch schon einen sehr, sehr starken Pick, wie ich finde. Und wie gesagt, wir zahlen hier immer noch nur 200 bis 250 Euro. Ja, das ist so diese Range, für die dieses Display, ja, verkauft wurde. Das sieht man auch im durchschnittlichen Verkaufspreis. So, und da hat sich wenig getan. Und das wundert mich tatsächlich, beziehungsweise, also wundert mich im positiven Sinne, denn andere Displays, ja, auch wie ein Dreamleak, ist ja extrem nach unten gecrasht. Klar, dieses Display hat vor allem auch durch den Waifu-Hype profitieren können, aber auch, wenn man sich neuere Displays anschaut, wie ein V-Star-Universe, wie ein Lost Abyss, ja, was auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter geworden ist, aber diese Displays sind sehr, sehr stark zurückgegangen im Preis, ja, prozentual. Nicht aber ein Remix baut. So, wir sind hier immer noch bei den 200 Euro, 225, 250 Euro, ja, ich habe eins für 200 gekauft, das mal ganz kurz an dieser Stelle. Und dieser Preis ist für mich extrem stark, gerade wenn man sich mal anguckt, für wie viel dieses Display in Japan gehandelt wird. Hier haben wir Sneaker Dunk, ihr kennt die Plattform hoffentlich mittlerweile, ja, weil ich sie ja immer öfters hier in meine Videos mit einbinde. Und schaut mal hier, der letzte Verkauf am 24.02., ja, davor dann der 16.02. zweimal und der 14.02., ja, ein paar Verkäufe waren im Februar am Start. Dieses Display geht nicht mehr allzu oft über den Theken, was auch meiner Meinung nach ganz logisch ist, gerade wenn man sich die Verfügbarkeit anguckt, ja, die ja nicht mehr allzu hoch ist, ja, und die immer mehr schwindende Liquidität, die dadurch abgebildet wird. Und was ich hier sehr, sehr spannend finde, wenn wir hier uns ein bisschen durchscrollen, dann sehen wir, dass dieses Display letztes Jahr, 18. Oktober, auch schon für 50.000 verkauft wurde, dann einen Dip hatte auf 40.000 Yen, ja, das ist schon eine Menge, ja, ja, so 10.000 Yen. Am 19. Dezember waren wir hier bei 40.000 Yen und sich dann relativ schnell wieder erholt hat. Gerade im Februar ging es dann einmal ruckartig innerhalb von einer Woche von 43.000 auf 50.000 Yen. Und das hat sich bislang auch, ja, weiterhin so gehalten. Wenn wir uns hier mal die drei letzten Monate angucken, dann können wir das sehen. Ja, wir hatten hier diesen Dip und dann ging es nach oben. Das ist untypisch, denn die meisten Displays gehen gerade slightly nach unten und nicht nach oben. Ja, das sieht man beispielsweise auch bei einem Eevee Heroes Set, einem sehr, sehr stark beliebten Set. Aber ich denke, warum? Also wie ich mir das erkläre, ist definitiv die Verfügbarkeit, die einfach nicht mehr stark ist. Und ja, dann ist es egal, ob der Hype da irgendwie weiter abflacht, ja, wenn die Verfügbarkeit einfach so schlecht ist und die Nachfrage aber immer noch gegeben ist, ja, dann ist es logisch, dass dieses Display nicht weiter krass runtercrashed. Und das ist ein sehr, sehr positiver Punkt, wie ich finde, gerade wenn man sich entscheidet, ja, ich möchte jetzt hier mir ein Display holen und das finde ich sehr, sehr stark. So, gerade, wenn man sich das jetzt mal anguckt, genauer anguckt, was sind denn 50.000 Yen in Euronen? So, geben wir das hier ein in den Umwährung, in den Wechselrechner. Und hier haben wir gewechselt, ja, von 50.000 Yen 310 Euro, die uns angezeigt werden. So, wenn wir mal von den 40.000 Yen im Dezember ausgehen, sind wir hier auch bei 250 Euro. So, da ist kein Zoll dabei, ja, keine Servicegebühren, die man irgendwie zahlen muss für einen Proxy-Service oder was weiß ich. Das ist alles nicht dabei. So, und wenn wir uns den Displaypreis hier angucken nochmal, dann sind wir hier und bei Kleinerzeigen und auch Ebay, da kommt man teilweise noch günstiger ran. Momentan, das kann sich auch schnell wieder ändern, aber das ist ja hier nur immer eine Momentaufnahme. Seid ihr bei 225 Euro, 215 Euro, 200 Euro. Also, extrem stark, wie ich finde und das macht dieses Set meiner Meinung nach momentan zu einem sehr, sehr stark unterbewerteten Pick. Ja, also gerade wenn es darum geht, sich ein älteres Display mal zur Seite zu legen, was noch nicht so stark nach oben gerannt ist wie andere, ja, wie beispielsweise ein Tech-Bolt und zu den stärkeren Displays der Sonne- und Mond-Ära gehört, da macht ihr meiner Meinung nach wenig verkehrt. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das seht. So, und jetzt, ja, nochmal ganz, ganz wichtig, Gutscheincode erfolgreich angewendet, Werbung, ganz, ganz wichtig, jetzt kommt Werbung. Ihr könnt abschalten, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Für die Leute, die darauf Bock haben, denn es könnte sich lohnen, was mache ich denn als nächstes, wenn ich mir so ein Display hole? Also, ich persönlich packe es in ein Pet-Case, das tue ich tatsächlich, schaut euch mein Portfolio-Video an, das ist hier kein Cap oder sowas, ja, ich bewerbe das jetzt zum zweiten Mal, die zweite Kooperation mit Joker Games und ihr habt die Möglichkeit mit meinem Code POKEVESTMENT, ja, ohne S, ganz, ganz wichtig, 5% zu sparen ab einer Bestellung von einem Mindestbestellwert von 10 Euro. So, das müssen nicht die japanischen 30er Display-Pad-Cases sein, wo lustigerweise hier auch ein Remix-Bout schon drin ist, was ein Zufall, das ist tatsächlich ein Zufall. Und ihr habt hier die Möglichkeit auch auf Menge nochmal ein bisschen was zu sparen, dann noch mit meinem Coach Party extra, meiner Meinung nach ein super, ja, Offer, super Sale an dieser Stelle. Aber ihr könnt euch auch für andere Pet-Cases entscheiden und ich persönlich bin Freund von Pet-Cases, einfach weil Preis-Leistung für mich dabei stimmt und mir gefallen sie auch besser, ja, von der Lagerung als Acryl-Cases, aber das ist Geschmackssache. Hier haben wir die beliebten One-Piece-Booster-Box-Pad-Cases, die sehr, sehr stark nachgefragt waren. Auch für, ja, die High-Class-Displays haben wir hier, Pad-Cases und auch für andere Produkte könnt ihr euch ja einfach mal ein bisschen durchklicken, durchschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, mit meinem Code, den gebt ihr hier einfach ein. Ich zeige euch das hier nochmal, ja, damit das auch hier nochmal gut veranschaulicht wird. Ich gebe mir hier ein, Poke-Vestment, Gutschein anwenden und tada, es wird angewendet. Das soll es gewesen sein von diesem Video. Schreibt mir eure Meinung zu Remix-Bout in die Kommentare. Meine Stimme verabschiedet sich ja auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, lasst einen Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.